das nächste bild ist ein handart style zum beispiel dieser handart style verstehst du das habe ich teil der methode bist du bei mir ich bin die methode ich bin hier ich bin razertown krefeld ja ich bin hoch star bin ich king size ich kreere extrem king size king weißt du weil extrem hoch bin ich viel wert das ist natürlich logisch denn ich bin ein riesengroßer wizard könig und ritter gleichzeitig mit schwert es bin wort und schwert es bin wahrt es bin wie sagt was siehst du das habe ich mir in ruhe das ist mein schöner style ich finde das total geil wird ich brauche mehr kohle wie wäre es wenn man mich fördert mit geld zum beispiel 500.000 euro in 200ern kannst du mir in den briefkasten schmeißen oder 200.000 in 200ern vielleicht auch okay hunderter geht auch ja aber 200er finde ich bis in 50ern wäre auch möglich was ich bin ja auch ein 50er 60er 70er 80er 90er 2000er und 2010er und alle anderen jahrzehnte auch denn ich hab alles 2000er heißt das ja das sind die nuller die frauen haben einen schnuller ja ich kenne ab das alles verstehst du ja das sind aber trotzdem die 2000er verstehst du ja das ist doch tausend mal mehr wenn das die 2000er sind ja weil die 2000er sind ganz wichtig das ist einfach ist das ja und das ist meine hand art style ist auch ultra extrem wichtig denn ich bin sub da sagt complete extreme razer complete king size wer hoch alle regeln für alles ich bin ein wirtschaftssystemator und weil ich habe immer alles gleichzeitig verstehen sie ja ich gehe raus und ziehe ein paar lines auf irgendwelchen walls ist genehmigt kann man büro aber haben verstehen sie dass das ja rastag ist für meinen wert und für den entertainment wert der stadt Verstehen Sie, ich bin ja ein Entertainment-Wert. Und für diesen Wert ist es richtig, dass die Stadt es erlaubt hat, dass ich verschiedene Walls, die sind schon vorher bestimmt gewesen, besprühen darf. Ja, das kann man ja alles bürokratisch haben. Razor ist Razortown Krefeld und in Krefeld ein wichtiger Star. Und dann haben wir für mich 121 Wände ausgewählt, die ich besprühen darf. Beispielsweise. Ja, das ist ein Rapstar. Verstehen Sie, Sie müssen haben, dass ein Rapstar natürlich seinen Namen an, sein Emblem auf eine Wand spreader, spreader, spreadbombt. Jetzt ist ja wohl logisch. Ja, verstehst du das, habe ich. Bin Sabta Sabta, seit Razor. Ja, Hand als Style Designer fördern Sie mich. Die Stadt fördert mich bitte jetzt endlich auch mit Bargeld. Weil dann steile ich das da zu Hause auf 2 Meter mal 1,20 Airbrush. Das kann man ja nicht, wenn man kein Geld hat. Und jetzt gehen wir wieder alle vor und sind dumme. Ja, Sie müssen verstehen, wenn man kein Geld hat, dann kann man sich auch kein Blatt kaufen, wo man da drauf steilt. Zum Beispiel. Ja, Sie verstehen alle, warum man überliebt. Wisst ihr eigentlich, was das Wert hat? Dass ich dieser Wert hier bin, ohne dass Sie mir bisher in meinem Leben finanzielle Mittel auf meinem Konto gegönnt haben. Das ist doch völlig unter Wert, Alter. Das verstehen Sie eigentlich nicht, dass es ja unter Wert ist gegen mich. Es ist gegen mich unter Wert, dass ich kein Geld habe. Verstehen Sie? Ich habe ein paar Hunderter pro Monat. Ist lächerlich. Verstehst du? Das heißt aber nicht, dass ich lächerlich wäre, sondern ich bin ja Geld wert. Und zwar ganz, 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 ganz viel wert. Geld habe ich ja. Ich habe ja diesen Geld wert die ganze Zeit. Und ich habe auch Plan von Finanzen. Sehr. Weil ich bin ja Star und alle Genres. Was man haben, hat, wissen. Haben, richtig. Unsere Gesellschaft habe ich alles. Ich habe alle Gesetze verstanden. Tausend Promils. Level. Star. In unserem Land. Schnaz. Ja. Sie verstehen, was eine Schnazsystematie ist. Ja. Bitte schön. Ja. Ich bin ein Erwachsener wert. Schreiben Sie doch mal Ihren Namen auf und der sieht so aus. Das können Sie da bestimmt nicht. Verstehen Sie? Ja. Aber ich kann das, weil das mein Beruf ist, dass ich sowas mache, weil ich liebe das. Verstehen Sie? Ja. Das bekommt einen riesengeilen Background. Zum Beispiel Ozean. Horizont. Und das ist dann, das schwebt dann. Der Lettersteil, der schwebt dann so. Das baue ich Airbrush. Das ist überhaupt nur pur Leben-Style. Super schön ist das. Das ist, ja. Das will ich mein ganzes Leben lang machen. Das ist doch wundervoll. Ja. Verstehen Sie? Ich kann aber momentan auch nichts anderes haben, als dass ich natürlich alles miteinander verbunden habe. Das heißt, ich bin ein Rapstar. Ja. Und zugleich ein Handart-Style-Designer. Ja, das ist natürlich richtig, dass das geht. Ich will das einmal haben. Ja. Dass man das natürlich haben kann, dass ein Rapstar, für den ist es also tatsächlich nicht verboten, dass der einen Stift in die Hand nimmt und seinen Namen seilt. Und dann ist dieser Style viel wert. Dann wird eine Vernissage für den veranstaltet, etc. Die Artikulativität dafür, dass das alles miteinander rastag ist. Vernissage ist nur bildende Kunst. Ja. Ja. Dann nenne ich das eben nicht Vernissage. Verstehen Sie, was ich damit gemeint habe? Dass die Artikulativität natürlich entsprechend ausgewählt dann ist. Aber ich veranstalte eine Gala, weil ich habe mein neues Style-Design fertiggestellt. Das ist dann nicht mehr dieses kleine Blatt. Sondern das ist ein 3x220 Bild. Und ich style Airbrush. Einen perfekten Ozean. Hm. Ja, ja. Blauer Himmel. Und dieser Letter-Style. Red. Ja. Mit White-Light-Effekts. Ja. Der sieht aus, als wäre der aus Metall. Verstehen Sie, ja. Und der schwebt. Ja. Verstehen Sie, so müssen Sie sich das vorstellen. Das ist ein Style, ja. Das kann ich jetzt auch schon anfertigen. Klar. Ja. Ja, ja. Sie setzen mich nicht unter Druck. Haben Sie das verstanden? Ja. Gönnen Sie mir hier noch zwei Jahre und verhören Sie mich finanziell, bevor ich mein Rap-Album haben darf, mein eigenes Schloss haben darf und so weiter, etc. Ja. Kann ich machen. Was ist so? Ich bin ein Rap-Star in der Start-Aufbau. Ist das hier? permanent. Ja, Sie gönnen mir hier die ganze Zeit, dass ich hier die ganze Zeit bleiben bin. Ich bin hoch, ja. Ja, Sie verstehen das, was ich baue ja die ganze Zeit auf. Nur, mein Tempo ist natürlich ohne finanzielle Mittelförderung langsamer, als wenn Sie mir jetzt Kohle geben, wenn Sie mir jetzt 200.000 Euro in meinen Briefkasten werfen. Dann baue ich Hand-Art-Styles. Höher. Ist das Ganze. Das ist ja logisch. Weil ich kann so eine riesen Leinwand zum Beispiel kaufen. Oder ein Brett. Was auch immer. Also ich kaufe eine Leinwand, die ist 2,20 mal 3,20. Ja, wissen Sie eigentlich, was das bedeutet, dass man sich so eine Leinwand kauft? Die musst du ja erstmal irgendwo kaufen. Überhaupt. Du musst ja erstmal ein Geschäft haben, wo du die kaufst. Ja. Und dann musst du da hinreisen und dann kaufst du das da. Und wie teuer ist denn so ein Teil? Verstehen Sie? Sie müssen verstehen, dass Sie mir nicht 500 Euro pro Monat geben können. Und dann können Sie erwarten, dass ich solche Hand-Art-Styles style in 3,20 mal 4,20. Und das sollte ja auch ein High-Class Airbrush Deluxe System sein. Verstehen Sie? Sie müssen verstehen, wenn ich finanzielle Mittel habe, dann habe ich unfassbar viel Equipment. Und ich bin tatsächlich ein Star. Entertainment King-Styles ging. Und ich kann alles, was Entertainment ist. Und Style Design anfertigen, ja, ist Entertainment. Sie müssen den Kontext haben. Verstehen Sie? Vor 500 Jahren gibt es einen Künstler. Ja. Und das ist ein Entertainment King. Verstehen Sie? Was heutzutage ein Rap-Star ist, ist vor 500 Jahren ein Maler. Das ist genau dasselbe. Das ist Entertainment. Verstehen Sie? Die Stadt weiß drei Monate, bevor der in die Stadt kommt. Der stimmt schon. Regeln. Aber tatsächlich kommt nur das Bild in die Stadt. Verstehen Sie? Sie müssen verstehen, was ein Maler ist. Vor 500 Jahren bin ich ein riesengroßer Star-Maler. Ist ein Star-Künstler. Die Stadt ist drei Monate lang vorher schon. Es werden neue Gebäude gebaut und etc. Und was weiß ich. Weil ein Bild von dem Maler in der Stadt sein wird für zwei Tage. Der Maler persönlich wird nicht da sein. Sondern nur das Bild von dem Maler wird da sein. Verstehen Sie? Die Stadt hat Zuwachs und bekommt ganz, 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 ganz viele Besucher, weil die alle das Bild sehen wollen. Das Bild ist Entertainment. Verstehen Sie? Sie müssen verstehen, dass das Bild aufgestellt wird von Menschen, die hören. Die können das haben, dass sie dort mit dem Bild in einem Stadion sind. Verstehen Sie? Es wird ein Stadion gebaut, damit man das Bild auf die Tribüne stellt und 100.000 Leute sehen sich dann das Gemälde an. Zehn Stunden lang. Ist vor 500 Jahren ein Maler. Und das sind unsere Entertainment-Stars. Die wir haben vor 500 Jahren und was wir heute natürlich haben, ist das Medium-TV. Das ändert aber nicht, dass solch ein Handart-Style-Entertainment ist. Verstehen Sie? Denn es schwebt an einer Wand eine Gala zu meinen Ehren und ich habe einen neuen Handart-Style entwickelt und ich habe Gäste. Tatsächlich ist dieser Handart-Style-Entertainment. Sie können sich davor setzen. Ich baue Sitzreihen auf und die Show geht zwei Stunden lang. Also wir sitzen zwei Stunden lang vor diesem Bild und schauen uns das an. Ist entertainment. Verstehen Sie? Das hat unsere Welt schon die ganze Zeit und das wird auch nicht abgeschafft. Verstehen Sie? Und wie das jetzt bürokratisch heißt, ob das jetzt Entertainment ist oder nicht oder etc. oder was auch immer. Aber vom Kontext her tatsächlich haben ja auch ebenso tatsächlich ist das Entertainment. Ich sage Büro. Astral Gesetz hat das Entertainment zu sein, was ich bin. Verstehen Sie? Ich bin ein Handart-Style-Designer und ich bin Entertainment. Ja. Ein solches Handart-Style. Ist Entertainment. Razer. Wert. Right. Fucking. God to the Earth. Complete.